Aber man darf wieder dich ziehen. Wer werden jetzt diese Schuhe stehen? Wer werden diese Schuhe stehen? Los! Meine Schuhe. Meine Schuhe. Wieso hast du keine Schuhe? Sie wurden mir gestohlen. Ich werde dir helfen. Gib die Geisel her. Aber das sind doch Schuhe. Geisel? Wo sind Geisel? Aber und ist ja wurscht. Wieso soll ich dir geben, hä? Ja genau, wieso? Der hat es voll gegeben, Boss. Ja, ich weiß. Auf ihn! Ja, ja. Danke. Oh!